Liebe Weinfreunde, heute stelle ich euch einen Wein vor von der Domaine Ande Joulius aus dem Limoux. Es handelt sich um den Chardonnay Original des Hauses Ande Joulius. Dieser Stahltank Chardonnay ist ein schöner, leichter, unkomplizierter Vertreter seiner Art, der strahlend, saftig, frisch und fruchtig herüberkommt, der in der Citrusnote sich definiert, ein bisschen Pfirsicharoma herüberbringt und der wunderbar geeignet ist zur Mediterraner Küche.